So meine Freunde, Willkommen zu Bravely Second. Heute geht es weiter. Ich habe jetzt mal viel Story interessant Kram miterlebt. Ui, was da nicht hier schön ist. Tempel des Feuers. Okay. Ich habe jetzt eine große Krüste, die Sorte von allen Flamen in unserem Welt. Die vier große Krüste, Feuer, Wind, Erde und Wasser, gebeten Luxemdark und seinen Menschen mit ihren Gäste. At least jetzt sie tun. Es war nicht so lange lange, dass alle vier vier wurden durch die Schmerzen. Die Wind stillte, die Seine verletzten und verletzten, die Mäste speielten endless Feuer, und die Erde verletzten die Nationen und die Menschen. So we journeyed with Agnes, she was the Vestal of Wind back then, to free the Crystals and set things right again. No wonder everyone we meet keeps calling you heroes. Yoko said that if we came here, we'd learn the Kaiser's true goal. It might concern the Crystal. Let's see before it's too late. Stimmt, den Tipp hat uns... Was hast du denn schon wieder hier? Den Tipp hat uns Yoko ja auch noch gegeben. Beim letzten Mal. Das wird auch gucken. Oh, Übertrank. Krass. Er hätte aber 75 Stück. Mega gut. Wir haben uns ja auch gegeben, dass wir uns da mal auf die Suche machen sollten. Oh, habe ich denn 34 Bomben-Splitter? Ah ja, von den Viechern geklaut. Ja ja, von den Dracos. 88 Phönix-Wedern, also ich brauche gar nichts mehr. Speichern können wir aber mal. 26 Stunden zocken wir schon. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gibt es keine Items. Ich glaube, es ist wie so eine Biblie. Das ist ein Arbeitszeichen. Na ja, gucken wir mal, was der Kaiser vorhat. Wir sollen ja anscheinend jetzt Klarheit bekommen. Was steht denn da? Nein, das ist so ein Altar-Ding. So, es gibt eh keine Monster. Okay, gehen wir mal hin. Zum Crystal. Schauen wir mal, was passiert. Das ist so ein Altar-Ding. Das ist die Energie. Das ist auch. Das ist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du bist nicht weggegangen. Was? Du? Du hast endlich herausgefunden, was wir stehen, oder? Gib dem Kind einen Kuchen. Schade, dass es zu late ist, um uns zu stoppen. Die Erde, Wind und Krustler sind bereits wild. Und die Wasser-Krystall sind in unserer Grasse. So ist es wahr. Du willst die Boundary zwischen den Welt. Und was wir sind? Du? 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 Ze? We? Du? Du? ja du machst noch ein default du kannst man die physische guns auf Tiss machen und Tiss gibt mal in den neuen Wolf Modus dann haben wir demnächst mal ein bisschen Spesskills mit ihm nicht schlecht peng ho ho alter was ein Schaden jetzt kriegst du noch einen ab Gefechtsköpf nein Trampeln jetzt machst du auf jeden Fall eine Deus Ex als Nebel du machst magische Gunst auf Idia und du geh nach Wolfsfaden oh welch weise Worte von unseren Freunden oh Alter was ein Crit Massenflucht scheint so ein Konterangliff zu sein oder? nebel ja schon ähm Außenseiter Idia macht mal noch mal Blitzra du machst mal bitte Vitra auf Yu und Yu machst mal das aber du warst nicht immer mein Fohjan zumindest erzähl mir das warum versuchst du die Boundary zwischen den Weltern und 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 Dann macht er auch noch so einen Hehrmann von, ne? Easy, you had's beendet. Ein Übertrank. Stimper. Ich bin ein Wettbewerb. Aber das ist noch nicht. Jan! Ich bin von dieser Höhe. Los geht's, alle. Wir haben unseren eigenen Job zu machen. Kaiser muss aufhören. Aufhören. Den ich jetzt da hängen lassen? Puh. Respektabel. Einfach hängen lassen. Den müssen wir auf jeden Fall noch einmal machen. Oder was heißt hängen lassen? Er ist runtergeplumpst. Jan jetzt tot ist oder nicht? Wir werden es ja wohl irgendwann wissen, ne? Irgendwann wird man uns mal drauf ansprechen. Okay. Die olle Höhle laufen wir jetzt nicht nochmal durch. Objekte... Teleportstein. Und tschüss. Es ist auch schön, dass die einen immer zum Anfang des Dungeons bringt. Oh, guck mal. Das Ausrufezeichen geht sogar storytechnisch weiter. Alright, everyone. Let's make for Florum. Rice. We have to get to the temple of water before the Kaiser can get his hands on the crystal. But how? Master's leaky old dinghy is taking us about as far as it can go. We'll have to cross open seas to reach floor. Maybe we can ask about a more reliable vessel in Unoham. Great idea, Sir. It sits right on the ocean. Surely they'd have ships to charter. Oh, and I was looking forward to feeling the waves on my face again. Yeah. You're the only one. You guys are no fun. My! Is your hand bothering you, your majesty? It is nothing. I have left that far in the past. The past, the future, and all that comes between, I deny it all. A moment of your time, your majesty. Jan has not returned. I would request permission to see to his whereabouts. Your majesty, the blazing wolf's not going to be happy about being treated like a pup. Besides, I believe we have more important matters to attend to. Anna is right. Set a course for the temple of water. Your majesty, if you would at least let me- I think I'm going to have to deny that. No offense, your majesty. You return. Angelo Oscar Vincenzo Olivier Panettone, patissier nonpareil, at your service. Or something. What say you let me take a crack at cleaning up those meddlesome crumbs? Intriguing. But why you, Angelo? You would seek revenge for Amy? Revenge? Haha, hardly. Just because that foul-mouthed tart had a thing for me, why should I give two whisks about her? Useless to the end, that woman. Couldn't even hold a simple bridge. Awfully talkative today, aren't we? If I didn't know better, I'd say the loss of your girlfriend has really put a fly in your batter. Very well. Do as you wish. But we will not wait long. Should you fail, do not bother reporting back. Whatever you say, boss. Uh, your majesty. I'll be going now, then. With me, ladies. Forever and ever, chef! Your majesty. Surely it would be wiser to send me, your loyal lieutenant, instead of these. Oh, go take a nap, old man. I have everything under control. Or maybe you could join your sweet little pope for high tea. Don't think I haven't noticed you sneaking sweets into her cell. It would almost be touching, if it didn't make me sick. The Gaul! Okay, Freunde. Dann wissen wir jetzt eindeutig mehr. Interessant. Der Patisier wird also demnächst auftauchen und unser nächster Hauptgegner werden. Und wir sehen in Yonohana haben wir sogar eine Sidequest gerade offen. Was mich dann doch sehr interessiert. Dem Typen da. Aber für die Sidequests möchte ich mir Zeit lassen und die machen wir dann anscheinend erst nächstes Mal. Vorher. Gibt es noch Zauber die ich kaufen kann, die ich brauchen kann? Nö, die habe ich alle schon. Waffenbauer auch nicht, haben wir letztendlich noch gekauft. Dann verkaufe ich mal eben ein bisschen was. Bombensplitte, Bomberarm. Nö, Zeus. Goldene Sandölutern. Bacchuswein. Spinnennetz. Das behalten wir. Ja, ist okay. Wie gesagt, das kann alles weg. Das brauchen wir ja nicht. Oh, warte. Geld. Nö, nö. Nö. Den Rest behalten wir. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Bragony Second and Lion. Let's play. Bis dann Leute, macht's gut. Euer Doran sagt Tschüss und Ciao.